Herzlich willkommen! In diesem Video Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie man die ABC-Analyse mit Hilfe von Excel leicht durchführen kann und auf was man achten sollte, also im zweiten Teil, Tipps und Tricks von diesem Tutorial, wie man die ABC-Analyse für die richtigen Entscheidungen nutzen kann. Ich habe Ihnen hier eine entsprechende Tabelle vorbereitet und möchte Sie Ihnen kurz erläutern, was Sie hier alles sehen. Zunächst einmal handelt es sich um den Umsatz je Kunden. In der ersten Spalte sind die Kundennummern entsprechend absteigend dargestellt. In der zweiten Spalte habe ich einfach Vornamen gewählt, damit diese Kundennummern auch ein entsprechendes Bild bekommen. Die Spalte C zeigt uns an, wie viele Aufträge dieser jeweilige Mensch im Laufe des Jahres letztendlich gemacht hat und in der Spalte D sehen Sie dahinter den Netto-Umsatz, der steht. Insgesamt hatten wir also 76 Bestellungen für einen Netto-Umsatz von 4.841,78 Euro. Uns interessiert nun, welche Kunden wie verteilt sind, also welche Kunden besorgen uns ganz besonders viel Umsatz. Dazu markieren wir zunächst mal die entsprechende Tabelle und gehen auf benutzerdefiniertes Sortieren. Wir können dann hier auswählen, in welcher Reihenfolge welche Spalte wir sortieren möchten. Hier nehmen wir jetzt sechsmal den Netto-Umsatz und sortieren es nicht aufsteigend, sondern absteigend. Das heißt, uns zeigt die Tabelle an, beginnt mit dem Kunden mit dem größten Umsatz, nach unten hin immer kleiner werdend, wie sich der Umsatz verteilt hat. Wir sehen, die Firma 3 hat mit drei Aufträgen insgesamt einen Umsatz von 4,59 Euro L erzeugt und ist damit der größte Umsatzbringer für unsere Beispielfirma. Wie machen wir es der Reihe nach unserer ABC-Analyse? Wir kumulieren den Umsatz jeweils auf in einer neuen Spalte. Das nennen wir Umsatz kumuliert und hier können wir als Formel angeben, ist gleich die Vorzelle für die erste Zelle in der zweiten Zelle, aufpassen, ist gleich die zweite Zelle plus die entsprechende Vorzelle. Wenn wir nun diese ganze Formel runterziehen, dann haben wir beginnend vom stärksten Umsatz aufsummiert die ganzen, bis wir 100% Umsatz erreichen. Wir können das sehen, dass zum Schluss 4.841,78 Euro bei 100% Umsatz letztendlich angefallen sind und vergleichen dies mit unserer Spalte D, der gesamten Summenzeile und sehen, das ist korrekt. Jetzt interessiert uns natürlich noch, wie viele Kunden, wie viel Prozent letztendlich darstellen. Also wie viele Kunden haben wir? Dies geht in Excel ganz einfach, indem wir die Formel Anzahl 2 verwenden. Anzahl 2, Klammer auf, markieren den Bereich, Klammer zu und sehen, wir haben insgesamt 50 Kunden. In einer neuen Spalte, die wir nennen, Kunden kumuliert, zählen wir einfach runter. 1, 2, 3 und ergänzen dies bis zum 50. Kunden. bis zum 50. Kunden. Wenn wir nun die Prozentwerte unserer Kunden ausrechnen wollen, nehmen wir eine weitere Spalte, ist gleich Anzahl der Kunden geteilt durch die Gesamtsumme der Kunden. Hier bitte aufpassen, dass wir mit Dollarzeichen arbeiten. Ein Druck auf die F4-Taste ergänzt diese entsprechend und auf Prozent einstellen, 2%. Damit wir, wenn wir runterziehen, keine Formelfehler letztendlich erzeugen. Nun interessiert uns noch der Anteil des Umsatzes im Prozent. Auch hier können wir ähnlich vorgehen. Ist gleich den kumulierten Umsatzanteil geteilt durch den Gesamtumsatz. Hier wiederum auf die Dollarzeichen, bitte mit Druck auf die F4-Taste achten und auf Prozentwerte umschalten. Wenn wir jetzt etwas genauer machen möchten, können wir noch eine Nachkommastelle entsprechend mehr angeben. So. Was sagt uns dieses nun aus? Wir können jetzt ganz einfach ablesen. 20% unserer Kunden sorgen bereits für fast 52% von unserem Umsatz. Die restlichen 80% der Kunden sorgen für die zweite Hälfte des Umsatzes. Wenn wir weitergehen, 50% unserer Kunden erzeugen bereits 80% oder über 80% unseres Umsatzes. Also eine ähnliche Verteilung, die gemäß unserer Pareto-Regel uns anzeigt, dass es einen ganzen Anteil gibt von Kunden, die sehr interessant für unsere Unternehmen sind, weil sie, obwohl sie eine kleine Menge der Gesamtkunden darstellen, einen großen Anteil am Umsatz ausmachen. Man kann jetzt noch entsprechende Diagramme dafür einfügen. Ich möchte Ihnen aber jetzt im zweiten Teil dieses Tutorials zeigen, dass man sich nicht nur auf den Umsatz je Kunde alleine verlassen sollte. Ich habe dafür eine weitere Spalte vorbereitet, die ich mit Ihnen nun rein nach Spalte durchgehen möchte. Der Rohgewinn je Kunde. Sie sehen hier wieder nach Kundennummern sortiert unsere Kunden wie aus dem ersten Tabellenblatt die Anzahl der Aufträge in der Spalte C, den Nettoumsatz aus der Tabelle, die wir vorhin auch schon hatten und ergänzt noch den Rohgewinn in der Spalte E. Der Rohgewinn definiert sich hier in diesem Tabellenblatt als Beispiel den Nettoumsatz minus den Wareneinkauf. Diese Zahlen habe ich letztendlich aus dem entsprechenden Buchhaltungssystem gezogen, damit wir hiermit arbeiten können. Was bedeutet nun das Ganze für uns? Wir gehen wieder her, aber dieses Mal sortieren wir eben nicht nach dem Umsatz, sondern diesen Mal sortieren wir nach dem Rohgewinn. Rohgewinn, absteigend. Okay. Und damit zeigt sich für uns ein etwas anderes Bild. Wir haben jetzt endlich wieder gesehen, dass wir 50 Kunden haben. Das können wir auch gerne unseren Rohgewinn wieder aufsummieren. 50 Kunden. Wir können auch unseren Rohgewinn wieder entsprechend aufsummieren. diese Schritte wiederholen Sie eigentlich zum vorgehenden Tabellenblatt, sind jetzt insofern nicht wirklich was Neues. Aber die Schlüsse, die wir rausziehen können, werden sicherlich so. Und unsere Anzahl der Kunden. ать. so. so. Was können wir nun herauslesen? 80% unseres gesamten Gewinns generieren wir mit 50% unserer Kunden. Oder andersherum, 20% unserer Kunden realisieren bereits 53% unseres gesamten Gewinns. Wenn wir uns nun die Kunden wirklich anschauen, der lukrativste Kunde mit dem höchsten Rohgewinn zunächst mal ist Verein 2, dann kommt Firma und danach Enrico. Vergleichen wir dies mit unserer Tabelle, haben wir hier drinstehen Firma 3, Enrico und René. Sie sehen, diese Namen sind nicht deckungsgleich. Das bedeutet, für unser Unternehmen selbst, hätten wir uns nur den Umsatz der Kunde betrachtet, möglicherweise falsche Schlüsse gezogen. Wenn Sie beabsichtigen, besondere Betreuungsangebote für Ihre speziellen A-Kunden zu realisieren, also feste Ansprechpartner beispielsweise, schnelle Reaktionszeiten und Ähnliches, dann verlassen Sie sich bitte nicht nur auf den Umsatz der Kunde, sondern sehen Sie sich wirklich an, wie viel Geld verdienen Sie mit den jeweiligen Kunden und analysieren Sie danach, welche Kunden für Sie die lukrativsten sind. Und damit sehen wir eben genau, dass es sich eben um die ersten drei zum Beispiel handelt. Kleinbestellung war auch relativ lukrativ. Und dann kommt erst Firma 3. Firma 3 war im Umsatz ganz vorne dran. Sie sehen, das war die Firma 3, war der Kunde mit dem höchsten Umsatz. Was die Rendite angeht, ist Firma 3 aber erst auf einen der schlechteren Plätze und nicht vorne auf die ersten Positionen. Gehen wir nun weiter. Denken wir mal darüber nach, was kostet uns denn die Abwicklung eines Auftrags? Beispielhaft sei hier genannt, dass einen Auftrag abwickeln 15 Minuten Zeit dauert und wir für diese 15 Minuten beispielsweise 40 Euro Bruttostundenlohn inklusive Zeitversorgungskosten für einen entsprechenden Arbeitnehmer verrechnen müssten. Ist gleich der Anzahl der Aufträge mal 15 Minuten entspricht 0,25 Stunden mal beispielsweise 40 Euro. Das kann natürlich entsprechend dem individuellen Satz in der Firma sein. Das heißt, wir haben für die Auftragsabwicklung nochmal Kosten von 10 Euro. Wenn wir das jetzt nach unten ziehen, dann sehen wir, dass hier entsprechend die Kosten variieren, je nachdem wie viele Aufträge abzuwickeln waren, um den jeweiligen Umsatz und Nettogewinn entsprechend realisieren zu können. Wenn wir jetzt vom Rohgewinn die Kosten für die Auftragsabwicklung abziehen, ist gleich den Rohgewinn minus die Kosten für die Auftragsabwicklung und das Ganze nach unten ziehen, dann passiert folgendes, dass es hier sogar Kunden gibt, mit denen wir letztendlich Minus erwirtschaften. Hier oben ist einer drin, der zwar vom Rohgewinn her noch an sich ganz in Ordnung gewesen wäre, aber durch die Vielzahl der Kleingestellungen, die er ausgelöst hat, relativ hohe Verwaltungskosten erzeugt hat und damit letztendlich negative Deckungsbeiträge erzeugt hat. Sie haben also in der Auftragsabwicklung für diesen Kunden 5,84 Euro draufgezahlt. Dramatisch wird es dann letztendlich mit den Kunden hier am Ende ihrer Tabelle. Sie sehen, zum Schluss gibt es nur noch negative Deckungsbeiträge. Sie sollten daher dringend darüber nachdenken, ob Sie sich nicht von diesen Kunden letztendlich trennen wollen. Wenn wir die ganze Tabelle nun neu sortieren, nach dem Rohgewinn netto und diesen auch entsprechend wieder absteigend sortieren, zeigt sich ein anderes Beispiel. Der lukrativste Kunde ist in dem Fall Verein 2. Ein Auftrag erteilt, relativ hoher Rohgewinn, damit wenige Auftragsabwicklungskosten und einen hohen Netto-Rohgewinn. Spielen wir nun unser Spiel nochmal durch. Wir zählen unsere Kunden nach der Sortieraktion neu. Den Rest haben die Formeln jeweils entsprechend übernommen und nun können wir auch unseren Rohgewinn netto neu kumulieren. kumulieren Dann kommen wir zum Schluss auf einen neuen Rohgewinn inklusive unserer Verwaltungskosten von 710,27 Euro. Wenn wir nun die prozentuale Verteilung ansehen, ich gebe jetzt die 710,27 Euro als Festwert ein, weil wir noch keine Summe entsprechend festgebildet hatten. Und das Ganze als Prozentwert. Dann zeigt sich ein relativ dramatisches Bild. Mit 20 Prozent unserer Kunden realisieren wir bereits 70 Prozent unseres Rohgewinns. Oder andersrum, 99 Prozent unseres Rohgewinns realisieren wir mit 52 Prozent unserer Kunden. Das bedeutet, dass alle Kunden, die danach kommen, unseren Rohgewinn teilweise sogar vermindern durch die jeweils negativen Deckungsbeiträge. Die 106 Prozent wären realisiert worden, hätten wir nicht hier durch unsere Verwaltungskosten negative Deckungsbeiträge erzeugt. Schlussendlich landen wir bei 100 Prozent von dem kumulierten Netto-Rohgewinn inklusive Verwaltungskosten, da ja auch sämtliche negativen Werte entsprechend berücksichtigt worden sind. Also die Rechnung geht in sich logisch schlüssig auf. Warum heißt nun die ABC-Analyse ABC-Analyse? Sie können nun Ihre Kunden in entsprechende Teile einteilen. Sie können nun sagen, alle Kunden bis 87 Prozent oder bis 80 Prozent von Ihrem Netto-Rohgewinn nennen Sie A-Kunden. Wir können die auch gerne noch farblich markieren, zum Beispiel mit Grün. Das sind die Kunden, die uns besonders viel Geld beschreiben. Alle Kunden da drüber, aber mit noch entsprechend positiven Deckungsbeiträgen nennen wir B-Kunden. Das wäre dann die Reihe bis hierher. Die können wir gerne gelb markieren. Und die Kunden, die letztendlich nur Kosten verursachen und wirklich keinen neuen Gewinn bringen, die können wir entsprechend rot markieren. Sie können nun selbst sehen, dass diese drei Einteilungen A-Kunden, B-Kunden, C-Kunden Sie entsprechend verwenden können, diese Erkenntnisse, um Ihre jeweiligen Serviceleistungen auf die jeweiligen Deckungsbeiträge der Kunden hin abzustimmen. Und damit ist auch eine der wichtigen Botschaften, die ich Ihnen mitgeben wollte, vielleicht auch angekommen. Verlassen Sie sich bitte nicht nur auf irgendwelche Umsätze, sondern überlegen Sie sich, bevor Sie eine ABC-Analyse machen, was Sie genau analysieren möchten. Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, um zum Beispiel verbesserte Serviceangebote Ihren Kunden anzubieten, dann rechnen Sie bitte wirklich mit den Erträgen Ihrer Kunden und nicht nur mit den Umsätzen, die diese generieren. In den meisten Fällen, es gibt ganz wenige Ausnahmen, in den meisten Fällen liegen Sie sonst nämlich daneben. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch soweit alles Gute in Ihrem Business.